Hallo und willkommen! Auf dem Kanal Sky Sport 3 Austria und RTL können Sie das Spiel live verfolgen des vierten Spieltags der UEFA Conference League. FC Heidenheim, FC Chelsea. Diesen Donnerstag, 28. November 2024, um 18 Uhr, weifenwärtig Minuten. Das Endergebnis wird nach Ende des Spiels in der Videobeschreibung hinzugefügt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald!